Im Mobilitätsbereich aktuell der wesentliche Trend natürlich ist die Elektrifizierung. Mehr und mehr Hersteller bringen rein elektrische Autos oder Hybridfahrzeuge in den Markt rein. Auch für die nächsten Jahre sind eine erhebliche Anzahl von Fahrzeugen angekündigt, die neu kommen sollen. Und da geht es um viele Facetten. Da geht es einmal natürlich um die Infrastruktur, das heißt, wie viele Ladesäulen gibt es, aber auch die technische Entwicklung. Und für uns als Sachverständigen ist immer dann natürlich auch die Frage, wie sieht das aus mit der periodischen Überwachung dieser Fahrzeuge. Auch das sind aktuelle Trends, mit denen wir uns hier heute auf dem Sachverständigen-Tag natürlich dann auseinandersetzen.